Der Nebel Und dann kommt vielleicht alles raus. Damit könnten wir Simon in Gefahr bringen. Ich werd' heute Abend in ein Konzert gehen und will vielleicht jemand mitkommen. Ich würd' gern. Du kannst ja nicht mal Mama singen hören. Hast du schon mal überlegt, ein Instrument zu nennen? Da oben dudelt dieses Ding und zwar ohne Unterlass. Was ist verkehrt an meiner Musik? Wovor habt ihr so ne scheiße Angst? Er ist vielleicht in Gefahr. Wo ist der Brief? Inga hat ihn verbrannt. Wieso denn? Stell dir vor, sie hätten dich gefunden, Simon. Wir haben hier eine junge Frau. Sie wurde in Auschwitz gerettet. Bist du gekommen, um mir deinen Stammbaum zu erklären? Oder willst du mit mir schlafen? Du hast es gewusst, oder? Warum hast du nichts gesagt? Wir sind verdammt noch mal gut ohne dich klargekommen. Es geht hier um dich, Simon. Um das, was du willst. Du hast es gehört. Ich habe mich nicht. Du hast es gehört. Du hast es gehört. Vielen Dank.